Und mit dem nächsten Rande machen wir auch weiter. Chris, was kannst du uns dazu? Ich habe Anweisungen gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Okay, das wird angegriffen. Guter Start, bleib an der Spitze. Let's go. Okay. Bleib in Führung. Letzte Runde. Letzte Runde. Und er ist Vieter geworden, aber passt. Mal gucken, wie viel Rennen wir heute aufzeichnen werden. Ich bin sicherlich nicht hier in der zweiten Season alle 15 Rennen der ersten Session aufnehmen. Vielleicht mache ich nur die obere Hälfte, also dass ich nur sieben aufzeichne. Also muss ich gucken. Okay, es wird heute nicht mehr trocken werden. Bleib konzentriert. Verstanden. Angreifen. Ich gebe es weiter. Okay, angreifen bestätigt. Okay. 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 Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Okay. Angreifen. Ich versuche es weiterzugeben. Okay. Okay. Ich versuche es weiterzugeben. Letzte Runde. Okay. 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 Letzte Runde. Bleib ist zum Ende in Führung. Mach weiter Druck. Keine Sorgen wegen der Schäden. Hoch, hoch, hoch. Ach, 39.005, wir hätten da auch aufordnen können auf 40.000. Und somit haben wir auch das zweite Rennen. Das zieht 2 in der Classic durch. Und an dieser Stelle bedanke ich mich für das Zugucken. Und wir werden uns dann gleich im dritten Rennen wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.